hallo und herzlich willkommen wieder bei rs 4 bei diesen geld schnitten game und zwar haben wir jetzt mal diesen gett mann umgebracht aber geschafft und zwar haben wir glaube ich jetzt endlich mal geschafft das spiel zu stellen ja aufgefallen die alles die und Was ist denn der Schnauze, was ich dir gesagt habe? Du bist nicht mehr. Ähhhhh... Das war close. War mal... Die Munition ist... Er hat mich gehofft. Er hat mich gehofft. Er hat mich gehofft. Tritt ihn! Holy moly. Ah, ich bin nicht gespannend. Ich habe jetzt schon Probleme mit der Munition. Oder? Oh, ich bin okay. Ähhhhh... Ich schätze sie übersehen. Haben wir schon eine Kalle? Mit den ganzen Schützen. Ja, haben wir. Nice. Und zwar... Hier habe ich noch alles gesehen. Sweet. Wir gehen dann wieder hier zurück ins Dorf. Können wir jetzt durch die Kirsche... Ja, okay. Nichts übersehen. Nichts übersehen. Nice. Lo... Erstmal Slow Ocean. Ja, oh du hast es schon. Ja, das ist das. Du hast es schon... Ja, ich bin nicht mehr... Ja, ich bin nicht mehr... Ja... ...und ich muss nicht mehr zurück. Ich bin nicht mehr zurück... stehe ich eigentlich nicht wow so ok, jetzt mal den Zug ist ja so oh, ja, nice porno erstmal spreche ach ja so eine Wohnung so ein Kirschnass ist doch geil hier alles verhanzt die Überbrecher so will ich da oben erleben richtig geil ja, naja, hab ich da alles von der Schippen so ist das Leben TP-Motion und... ein Spinay ok was sonst war mal eine Rolle, Schatz ok, weiter glatt aus ich weiß nicht ich weiß nicht, warum ich immer manchmal so auf 30 FPS drop uns dann übersetzt übersetzt so, wenn ihr das abschießt könnt ihr die ganzen Edelsteine hier sehen so 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 und zwar sind sie da drei Stücke und vielleicht steh ich's dort so, der Schatz ist ich hab noch noch was man kommunikern mit was da hab ich mich nicht informiert ich merke es auch egal ja, das war's schweiz ist was was habe du wirst 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 du die 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 Das brauchen wir noch nicht. Ich glaube. Wir kaufen es uns. Das ist schon eine gute Waffe. Und dann noch gleich natürlich. Ist das alles stra... Ist das alles stra... Hehehehe. Hehehehe. Hm... Nee. Ich hoffe jetzt was anderes. Das machen wir nicht. Und zwar... Dann war es alles. Ich habe noch ein bisschen zu... Für die Pistole. Voll... Hm... Das Gewehr... Ja... Pistole. Ja... Ja... Das ist alles. Hehehehe. Hehehehe. Jo. Nice. Wegschuldigkeit... Wegschuldig... Nee. Nichts. Nichts. Wegschuldigkeit. Nichts. Es wäre voll OP aber... Das wäre Guown? Aber... Ah naja. Da und holt nicht. Mal gucken... was gibt's ... Jetzt kommen wir zum Frito. Da gibt's hier noch die restlichen Metallien. Hast du dich mit dir? Dann komm jetzt zum Frito. Ich weiß, dass ich nicht mehr schlafen kann. Das ist doch ein Problem. Oh, das muss ich nicht mehr schlafen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. es ja Nein! Nein! Geht's! Oh Gott, nein! Du bist aber auch nicht so schmerz! Gott, Gott, mich nicht! Nein! 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 Ja! Ich würde mich nicht mehr überlegen! Ich würde mich nicht mehr überlegen! Pistole ist mir grad lieber Das ist gut, das ist gut Ja, das ist gut Pistole zu gut Und, ich muss ja vergessen Natürlich, ich komme hier So Wart mal, ich muss den Traumkrebs jetzt sehen Ach, die aus Sittenhöhe Okay Ich glaub, das war noch nicht alle Entschuldigung Entschuldigung Wenn immer noch ein bisschen erkältet Okay Das ist Verschwinden Ja, genau Ach, komm schon So Und zwar Wo war die noch? Da ist noch eine Da ist noch eine B 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 T ... ... ... ... ... ... ... ... Moment mal! Die sind doch alle markiert! Wo? das ist ja einfach und zwar treffen das es ist die schlicht das Ja. Das Rätsel. Oh, scheiße. Oh, wie geht das denn? Ja. Äh... Ich glaube so. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube so, oder? Oh, wie ich hier bin. Was ging ich still? Und elegant. Oh. God. Die letzte Dressen. Und... Das könnte man doch kombinieren. Ja. Fert uns nur noch... 1, oder? Ja. Also es ist fertig. Komm. Das war blau. Was man... D... 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 Weiß ich doch. Aber mit den Antworten... Keiner. Ob die überhaupt kombinieren kann... Das muss ich nur gucken. Ah, nein. Können wir doch nicht. Können wir erst später. Uuuuut... Dann... Wie es so spannend ist. Jetzt erst mal wieder. Leon. Have you reached the church yet? Was ich verlesen will? Kannst du nicht lesen? Ich hab schon so ausgelegt, ich hab gelöst mehr. Macht mir leid. Wie ist das? Ah, hier ist das! Ah, hier ist das. Ah, hier ist das. Oh, nirgender. Äh... Guck mir das. Äh, magisch noch. Ich muss noch gut ergegnen. So, ich wollte schon sagen. Ich hätte es jetzt nicht getroffen, das wäre... Peinlich, peinlich. Irgendwie ist so ein Schlange gewesen. Schlange schon mal zwei, weil ich loppte. Und, habe ich recht? Ja, habe ich recht. Hühnei, komm. Was sind, von der Schlange Hühnei zu bekommen? Super, schon sind. Super. Das ist so ein Leidstammetal, naja. So, alle 15. Und, ich habe keine Medizierung mehr. Geil. Ja, warte, schau. Und, ich habe keine Medizierung mehr so richtig gemacht. Jo. Und, ich habe mich mit diesem Tönsichtgefühl. Werd ihr den nächsten Parten fahren. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Oh, und das nächste Mal. Tschö.